Ja, hallo, herzlich willkommen, freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf auf der IGA und etwas, einen Erfahrungsbericht geben darf, wie das so ist, wenn man etwas launcht, startet, was das Smart City Research Lab heißt. Der Vortrag war auf Deutsch angekündigt. So this talk has been announced in German. Is anyone here who thought, oh, it has an English title, I'm going to try, maybe the talk is in English and I understand it here. So is anyone here who would like to have the talk in English, because the title was English? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich jetzt mal mit Deutsch weitermachen. Vielleicht gibt es ja mal woanders nochmal die Gelegenheit, ein englisches Video davon aufzunehmen. Genau, dieser Vortrag besteht aus Teilen von etwas, was ich schon dieses Jahr auf der Percom erzählt habe. Das ist die IEE-Konferenz für Pervasive Computing and Communication. Das ist eine sehr schöne Informatik, interdisziplinäre Konferenz. Da geht es von der Hardware über die Kommunikationsprotokolle, über das Datenmanagement bis hin die Anwendung, irgendwann immer sich irgendwie etwas nicht nur auf einem PC auf dem Schreibtisch abspielt. Da gab es einen Workshop, der hieß Pair Aware City, also Pervasive und Smart Cities. Ich weiß den genauen Titel jetzt gerade gar nicht mehr. Und da habe ich schon darüber berichtet. Ich habe ihn jetzt hier ein bisschen angepasst auf die hiesige Audience und habe vor allem auch Erfahrungsberichte eingebaut, was sich seit dem letzten Jahr ergeben hat, wo wir hier auch schon auf der IGA präsent waren. Aber bevor ich das mache, falls ihr vorhabt, nur einen Talk noch zu hören und dachtet ihr, das ist jetzt der von der Daniela, dann geht bitte wieder und kommt am Sonntag, weil ich möchte, dass ihr unbedingt diesen Talk hört. Dem gebe ich jetzt schon fünf Punkte. Ich kenne ihn nämlich schon. Und wenn ihr vorhabt, vielleicht fahre ich ein bisschen früher ab, macht es nicht. Bleibt bis zum Schluss, hört euch diesen Talk an. What you say is what you get. Hands-free coding von Wolle, aka Wolfram Wingerat, ein Kollege von mir aus Oldenburg. Der ist großartig, sehr interaktiv, der Talk. Und als ich ihn gehört habe, war ich sehr baff und habe gesagt, hast du nicht Lust, auf die IGA zu kommen? Und zu meinem großen Glück hat Wolle gesagt, ja klar, er kommt nach Bamberg aus Oldenburg und ist aber heute noch auf einer Hochzeit und kommt erst morgen nach Bamberg, dann weiß du nicht genau, wann er eintrifft. Und am Sonntag, wie gesagt, hört euch diesen Talk an. Ansonsten hört ihr euch meinen Talk an. Ich habe den Leuten natürlich erst mal erzählt in Atlanta, wie das so in Bamberg so ist. Wir haben da ja ein kleines Städtchen, ein bisschen kleiner als Atlanta mit so knapp 80.000 Einwohnern. Das ist allerdings seit 1993 Weltkulturerbe, was viele positive Seiten für Bamberg hat, aber auch bedeutet, dass viele Menschen herkommen, um es sich anzuschauen, was manche Anwohner wiederum manchmal nicht so toll finden. Es hat auch schon relativ lange eine Universität, die hat so ein paar Pausen gemacht, wo sie mal nicht existierte, wurde dann in den 70ern neu gegründet. Und das sind knapp 14.000 Mitglieder der Uni. Und wenn man mal so die beiden Kreise übereinander legt, das ist proportional, sieht man schon, dass sehr viele Menschen in diesem Städtchen irgendetwas mit der Uni wohl zu tun haben. Seit 2020 ist Bamberg eine Smart City, eine Modellprojekt Smart City geförderte Kommune. Da sage ich später noch ein bisschen mehr dazu. Und das war auch mit Auslöser oder Grund, warum wir das Smart City Research Lab gegründet haben, als eine Struktur, die als Schnittstelle zwischen der Uni und den ganzen Menschen, die an der Uni arbeiten, ob sie Studierende sind oder Mitarbeiter oder Profs und der Stadt Bamberg darstellen soll, damit wir eben da mitarbeiten dürfen und können. Und was Bamberg natürlich auch hat, ist ein Hackerspace, liegt ungefähr da auf diesem Punkt. Die blauen Punkte sind Unistandorte, die man so sieht hier. Und der gelbe Punkt ist, wo der Backspace ist. Also wir sehen, wir sind da eigentlich ganz gut über das Stadtgebiet verteilt. Was ist jetzt eigentlich eine Smart City? Wir haben, als wir das Smart City Research Lab gegründet haben, erst mal eine Ringvorlesung veranstaltet, wie man das so macht als Wissenschaftler. Und die Keynote, die große Eröffnungsrede war von Lasse Gerritz. Und der hat dieselbe Frage gestellt. Was sind Smart Cities? Was macht man? Man macht eine Google-Bildersuche und stellt dann fest, Smart Cities sind blau. Also sie sind blau, sie finden nachts statt, sie haben weiße Punkte, sie haben Wolkenkratzer und sie sehen ganz überhaupt nicht aus wie Bamberg. Also das passt schon mal gar nicht zusammen. Und vor allem, in den vielen Bildern, die irgendeine Smart City darstellen sollen, kommen überhaupt keine Menschen vor. Das finde ich so als Bürgerin von Bamberg ein bisschen enttäuschend, weil ich möchte ja eigentlich wohnen bleiben. Also meine ultimative Dystopie einer Smart City ist der Disney-Film Cars. Da haben die autonomen Fahrzeuge die Menschheit ausgerottet, alle Positionen besetzt, leben in unseren Städten, sogar die Insekten sind in diesem Film kleine Autos mit Flügel, wenn man mal genau hinschaut. Also das passiert, wenn die autonomen Fahrzeuge mal die Weltherrschaft übernehmen. Und das wollen wir eigentlich nicht haben, wir wollen ja eigentlich hier weiterleben. Aber aus dieser Zeit, wo die Smart Cities so hoch kamen, ich mache das Thema schon eine Weile, da kommt auch so diese Toronto-Vision. Also Toronto hatte wie Bamberg mit seinem Konversionsgelände, wo die Amerikaner abgezogen sind, auch so ein Gebiet, wo so eine ehemalige Hafenanlage die Brach lag, die sie irgendwie schön und neu machen wollten. Also Gelegenheit, Stadtraum neu zu gestalten. Und dann hat Sidewalk Labs hier, Sidewalk Labs, ich habe gehört, ich soll hier zeigen, das mache ich auch gleich hier. Sidewalk Labs, die haben dann ihre Vision veröffentlicht, wie das aussehen könnte. Und vielleicht sollte man wissen, dass Sidewalk Labs eine Tochter von Alphabet ist, von Google. Und die haben gesagt, ja, das können wir jetzt alles komplett neu denken, die Stadt als digitale Plattform. Google revolutioniert quasi jetzt, wie wir städtebaulich denken. Es ist also ein Verkehrsmessungen finden statt, ein Netzwerk, Daten von Smartphones, von Embedded Sensors, also in den Bürgersteig werden dann die Sensoren gleich mit eingegossen beim Bauen. Das ist direkt drin, Kameras, ja, und dann zum Beispiel eine Anwendung ist, find where a future Pop-Up Store could find market for its wares. Also auch gleich natürlich dann möglichst viel Geld verdienen. Also das, was wir machen, wenn wir Google nutzen, wir verraten, was wir gerade suchen, was uns interessiert, was wir gerade so tun, ja, das ist ja alles in unseren Suchanfragen enthalten. Und das nimmt dann Google, um zu wissen, was uns interessiert und Werbung zu verkaufen. Das können sie jetzt auch in echt. Das ist doch total super. Naja, so tupper fanden es die Leute dann doch nicht. Schon relativ kurz später ist das ganze Projekt wieder gestoppt worden, weil so eine Überwachungsstadt in Google City wollten die Leute dann doch nicht leben. Es gibt so ein paar Pressemitteilungen, die behaupten, die Pandemie wäre dran schuld. Wahrscheinlich ist auch die Pandemie natürlich dran schuld. Aber tatsächlich ist das so nicht realisiert worden. Aber solche Gedanken gab es schon, als Werbung aufkam, als neu war. Es war so der feuchte Traum von Technokraten, jetzt die Stadt zu versensorisieren und alles über die Menschen zu wissen. Und deswegen hat es auch ein preisbekommenes Konzept, ein Big Brother Award in der Kategorie PR und Marketing, weil es eben mit einem wunderschönen Begriff etwas verkauft, was wir eigentlich überhaupt nicht haben wollen. So, ihr hört schon so ein bisschen raus, mit dieser technokratischen Sicht fremdlich ein bisschen und ich mache es trotzdem. Und ein Grund ist, dass es sich eben im europäischen Diskurs doch ziemlich gewandelt hat, was eine Smart City ist. Ich war in Oldenburg, da wurde es immer mit schlaue Stadt übersetzt und eben schlau im Sinne, wir sind alle zusammen schlau und nicht nur die Technik. Und wenn man sich eben heute europäische Städte anschaut, die schon längeres Maße die sind und deren Webseiten und Projektseiten dazu, dann stellt man einmal fest, okay, die sind nicht alle blau. Da gibt es auch mal grüne Bilder, die finden auch tagsüber statt, da sind auch Menschen auf den Bildern. Und ja, sie, selbst wenn sie eher einen wirtschaftlichen Aspekt haben wie Kopenhagen, was so ein Living Lab für Firmen sind, die innovative Ideen ausprobieren wollen, dann haben sie von der Motivation eben Nachhaltigkeit, Klimawandel. Natürlich brauchen wir Daten, also dass man jetzt eine Smart City machen kann, wo es keinen Sensor mehr gibt, das ist unrealistisch. Aber die Frage ist ja immer, wer hat denn die Kontrolle, wer hat das Ding gebaut, wie sieht das Geschäftsmodell aus, wie ist die Souveränität? Also weiterhin Data Access, aber eingebunden eher in ein größeres Ganzes, in eine Vision, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das spiegelt sich auch wieder in der sogenannten Smart City Charta, die ist von deutschen Bundesministerien entwickelt worden und fasst so ein bisschen die, kann man sagen, neue Vision von Smart City zusammen, wie es denn jetzt gedacht wird. Da sind ganz viele Attribute werden genannt für die Definition, die eben erstmal sehr viele mit Menschen zu tun haben, also sowas wie liebenswert und lebenswerte Stadt, das ist etwas, was den Sensoren ziemlich egal ist, aber uns nicht und divers und offen und auch einen inklusiven Aspekt hat. Es kommt auch die Technologie dran vor, also als Informatikerin wird man nicht komplett vergessen, hier responsive und sensitive, da habe ich mal die Ausführungen dazu noch dahingeschrieben, also da kommen die Sensoren wieder vor, Data Acquisition Processing, aber das wird eben benutzt, das ist nicht der Selbstzweck. und auch neue Interaktionsformen, also wie komme ich denn jetzt von der digitalen in die reale Welt und zurück und aber wozu? Also es wird benutzt, um improve local processes and services, also man will vor Ort etwas verbessern. Da hatte ich dann für das Percom-Publikum gesagt, ja da kommen dann wieder unsere Forschungsthemen drin vor, wie man solche Anwendungen baut, als ein Teil der größeren Vision. Genau, soviel zur Motivation und zur groben Einführung, was jetzt so, welchen Smart City-Begriff man jetzt eigentlich verwendet oder wie ich die Smart City sehe, ich versuche eben diesen moderneren Begriff zu verwenden oder das ist das Ziel, weswegen wir arbeiten. Und ich erzähle es in dem Vortrag, warum ich das mache, also warum ich dieses Smart City-Research-Lab mit vielen Leuten zusammen gestartet habe, auch ein bisschen darüber, wer da eigentlich beteiligt ist und warum die Leute beteiligt sind. Also ich rede nicht nur über mich, sondern darüber, was die Motivationen sehr unterschiedlicher Personen sind, also erstmal eine genauere Stakeholder-Analyse, wie es modern heißt. Dann erzähle ich natürlich auch darüber, was wir eigentlich tun und wie wir es tun und der Kaffeebecher am Schluss steht für so Take-away-Messages, was ihr dann mitnehmen könnt vielleicht, falls ihr auch mal ein Smart City-Research-Lab gründen wollt oder generell Forschung machen wollt, wo Stadt und verschiedene Akteure einer Stadtgesellschaft oder auch ein Dorf und Akteure einer Dorfgesellschaft zusammenkommen. So, aber jetzt erstmal diese Stakeholder-Analyse, wie ich versprochen habe, also warum machen denn Menschen sowas überhaupt? Und da schreibe ich erstmal mich hin, also ich bin momentan Professorin an der Uni Bamberg und wenn man sich dann so umschaut, stellt man fest, da gibt es ziemlich viele Akteure und Akteurinnen, die in der Stadt aktiv sind oder auch Organisationen und die haben eigentlich alle eigene Interessen und wenn man nicht weiß, was die wollen oder warum sie bei sowas vielleicht mitmachen, dann kann man auch ganz schnell gegen die Wand laufen und kriegt gar nichts gebacken. Also warum mache ich das denn? Oder auch meine Kolleginnen und Kollegen, wir haben das interdisziplinär von Anfang an gemacht, also da braucht man nicht nur die Informatik kann da was tun, auch die Psychologie, die Sozialgeografie. Also es gibt da sehr viele Fächer, die interessiert auf dieses Thema schauen und mit denen wir auch zusammenarbeiten und naja, wir können Forschungsideen, die wir haben, mal in echt ausprobieren, das ist schon mal sehr cool, vielleicht irgendeine Hypothese oder auch ein Artefakt, ein Tool, ein Algorithmus, eine Datenmodellierung, das macht einfach alles viel mehr Spaß, wenn man es in echt macht. Und auch die Evaluation, die Überprüfung, ob diese Forschungsidee trägt und funktioniert, ist natürlich stabiler, wenn sie nicht nur im Labor und im Simulator stattfindet. Wir können dabei, während wir mit der Stadt reden und städtische Prozesse anschauen, natürlich auf neue Ideen kommen, die wir vorher noch gar nicht hatten. Und das steht jetzt häufig auch in der Reihenfolge, wie es ist. Am Anfang kommt man so mit seinem Hammer, seinem Tool und denkt sich, das muss doch jetzt jeder brauchen. Und dann sieht auf einmal alles aus wie ein Nagel und dann stellt man relativ fest, mein Hammer braucht eigentlich keiner. Hey, aber die brauchen eine Zange, die brauchen ein ganz anderes Tool, um ihre Probleme zu lösen und dann wird es wirklich spannend. Also das ist häufig so ein Ping-Pong-Spiel-Lernprozess, den man hat. Dann mir persönlich und auch einigen meiner Kolleginnen ist es ein Anliegen, ja, wir werden ja schon bezahlt, so als Prof an der Uni, von Steuergeldern und wenn wir schon die Zeit mit Forschung und Lehre zu bringen, dann können wir das ja schon so machen, dass auch die Allgemeinheit was dafür hat, dass unsere Stadt dabei liebenswerter, lebenswerter wird oder wir besser auf den Klimawandel vorbereiten können oder ihn auch vielleicht verlangsamen können, wenn möglich. Also praktisch eure Steuergelder sind dann besser angelegt, wenn ich mit meiner Arbeitszeit sowas mache. Das ist eine Überzeugung, die einige von uns haben. Was schön ist hier in Bamberg, es ist ja nicht die einzige Smart City, es gibt ein Netzwerk aus sehr vielen Modellkommunen, die auch miteinander reden. Das heißt, meine Forschungsidee, wenn ich die in Bamberg austeste, kann ich auch Regensburg fragen. Ich habe eine ganz ähnliche Situation, darf ich mal es bei euch auch ausprobieren und schauen, ob die Idee allgemeingültig ist oder nur in Bamberg funktioniert oder nur in Kommunen bis zu einer bestimmten Größe oder nur, wenn man Weltkulturerbe ist und Kopfstellenpflaster hat. Also man kann schauen, wie sehr kann ich Ideen transferieren und generalisieren. Auch das ist ein hohes Interesse von uns, um unsere Forschung besser zu machen. Und schließlich, wir sind ja HochschullehrerInnen, das heißt, wir können damit neue schöne Use Cases, Themen für die Lehre abgreifen. Also die Lehre macht auch mehr Spaß mit echten Anwendungsfällen, also Vorlesungen, Seminare, Projekte. Erst heute Vormittag waren wir wieder mit Projektgruppen zusammen, die sich im Smart City Kontext tummeln. Stand hier auch im Programm. Es haben sogar Leute von der IGA vorbeigeschaut. Das war sehr schön und das macht sowohl uns als auch den Studierenden mehr Spaß. Das heißt, die Stakeholdergruppe der Studierenden findet es auch nicht schlimm, dass wir Smart City machen. Genau, aber so alleine ohne die Stadt ist es ja irgendwie auch nicht. Das heißt, als ich nach Bamberg kam, ich habe vorher auch schon Smart City Themen bearbeitet, dachte ich mir, jetzt rede ich erst mal mit der Stadt. Ich bin jetzt hier neu, ich will Smart City Themen machen. Und so eine Stadtverwaltung, naja, die hat einfach eine begrenzte Zeit. Die wird ja auch von Steuergeldern bezahlt, aber nicht dafür, dass sie mit der Uni reden, sondern dafür, dass sie so eine Stadt laufen halten und davon sind sie abhängig von der Gewerbesteuer und die hängt davon ab, wie viel Fläche man für Firmen hat. Und ja, Bamberg ist eine Kommune in Haushaltsnotlage. Die kommen gerade so über die Runden eigentlich auch nicht. Das heißt, die sind zwar schon interessiert daran, Zukunftsthemen zu bearbeiten, vor allem, weil sie ja die Stadt auch irgendwie für die Zukunft tauglich machen müssen, aber sie haben einfach keine Zeit dafür und keine übrigen Ressourcen. Und natürlich kann man, gerade wenn man von außen kommt, auch ganz schnell in irgendein politisches Westennest greifen, ein Thema angehen, wo man denkt, ach, das muss doch jedem klar sein, dass das toll ist, wenn die lange Straße autofrei ist und stellt dann fest, dass das irgendwie politisch super aufgeladen ist und man da eigentlich vielleicht nicht sofort mit anfangen sollte. Vielleicht zehn Jahre später, wenn man dann weiß, welche Partei hier was möchte oder wie der Stadtrat tickt, aber eben nicht an Tag eins. Das muss einem immer klar sein, dass solche Smart City Themen zwar erstmal technologisch und nach Innovation klingen, aber im Grunde ist es Lokalpolitik. Wir überlegen uns, wie die Stadt in Zukunft aussehen könnte und wie wir ihr dabei helfen. Das ist Lokalpolitik, auch wenn bei uns natürlich keine Partei draufsteht. Wir sind die Uni, wir machen nur Wissenschaft, sonst nichts. Aber vielleicht ein Beispiel aus Oldenburg, wo ich so mit der Stadtverwaltung direkt zusammengearbeitet hatte. Die hatten auch nicht viel Zeit, aber sie hatten ein sehr hohes Interesse, weil es in Oldenburg sehr, sehr viele Fahrradfahrende gibt. Das ist tatsächlich nicht ein Radweg in Oldenburg. Das wäre schön, wenn die so viel Platz hätten. Das ist eine Fahrraddemo in Oldenburg, wo sie wieder mal auf der Autobahn gefahren sind, um zu zeigen, wir brauchen mehr Platz. Weil die Realität sieht halt leider häufig noch so aus. Man hat da so eine Straße. Dieses Grüne da, das ist der Platz, den die Fahrradfahrer haben. Dann gibt es so ein bisschen Platz daneben, wo die Fußgänger laufen dürfen. Also als Fußgängerin habe ich mir in Oldenburg einen Schulterblick angewöhnt, bevor ich die Fahrplan übertrete, damit ich nicht von Fahrradfahrern überfahren werde. Dann gibt es noch so ein bisschen Platz für den Bus und dann nochmal zwei fette Arbeitsspuren für den Automobilverkehr. Und das passt halt, der Platz, der da zur Verfügung steht, passt aber nicht dazu, wie der Modalsplitt ist. In Oldenburg ist der Modalsplitt tatsächlich so, dass über die Hälfte nicht mit dem Pkw fährt und der Fahrradfahreranteil eben bei 42,7 Prozent liegt. Also steht nicht in dem Verhältnis zu dem Raum, den sie im Stadtraum haben. Und man kann jetzt nicht so einfach alle Straßen umbauen. Auch das wurde natürlich gemacht in Oldenburg. Die erste Idee war, wir können ja mal damit anfangen, die Grünphasen zu beschleunigen. Und sie auf den Fahrradverkehr abzustimmen, statt auf den Automobilverkehr, dass die Autos mehr stehen müssen und die Fahrradfahrer besser durchkommen. Und dafür wollten sie Daten haben. Und zwar, wie viele Radfahrer sind denn unterwegs? Wie schnell sind sie denn unterwegs? Welche Routen nehmen sie denn? Was ist denn so? Wie funktioniert der Radverkehr denn? Und wir haben dann als Idee mit ihnen zusammen entwickelt, verschiedene Technologien zu verbinden. Es wurde einmal eine spezielle Induktionsschleife entwickelt, die man in den Radweg eingießen kann, weil Fahrradfahrer halt meistens auch nebeneinander und in Puls kommen. Die kann man nicht so einfach zählen wie ein Auto. Da braucht man vier überlappende Induktionsschleifen. Und damit haben sie es dann irgendwann ganz gut hinbekommt, zumindest zu zählen, an einer Stelle, wie viele Radfahrer fahren denn dann da? Dann wollten wir aber auch Routen haben. Das geht nicht mit Induktionsschleifen. Da haben wir dann eine Crowdsensing-Kampagne gestartet. Donate your data. Installiert euch doch bitte diese App. Nehmt eure GPS-Checks auf und spendet sie uns als Uni, damit wir die typischen Radrouten feststellen können. Und wir haben Bluetooth-Sensoren aufgestellt, mit denen wir Bluetooth-Signale von vorbeifahrenden Fahrzeugen oder Geräten erst mal gemessen haben. Und in dem Vergleich mit den Induktionsschleifen konnten wir dann versuchen, das zurückzurechnen auf wie viele Fahrradfahrer, wie viele Automobilfahrer und wie viele Fußgänger-Bluetooth-Signale sind dann da gerade vorbeigekommen. Wir haben auch bei dem gesamten Design schon drauf geachtet, wie können wir die Privatsphäre der Menschen, die da mitmachen, schützen, bei den GPS-Tracks den Anfang wegschmeißen, das Ende wegschmeißen, weil da wohnen die Leute, da arbeiten die Leute, da werden sie identifizierbar. Und auch Sachen haben, die das Handy nicht leersaugen, weil da macht es auch keiner. Also das war so ein erster Versuch, haben ein Paper drüber geschrieben, wir als Forscher sind glücklich. Die Stadt hatte endlich ein paar Daten und konnte mit dem Thema weitermachen. Aber wie gesagt, das ging halt nur so auf sehr geringem Level, weil sie einfach nicht viel Zeit übrig hatten. Und dann bin ich nach Bamberg gekommen und habe festgestellt, naja, da müssen wir halt Geld beantragen, Funding Agencies, also irgendwelche Ministerien, die machen Calls für Forschungsgelder oder auch die DFG, wobei die mehr Grundlagenforschung macht. So Smart City angewandte Forschung ist da nicht so leicht unterzubringen. Also denkt man eher so an das Bundesforschungsministerium, ans Wirtschaftsministerium, ans Umweltministerium. Was machen denn die? Ja, und die haben schon einen politischen Auftrag. Also da hängt schon auch immer da ab, wer ist gerade an der Bundesregierung? Wofür dürfen denn die Ministerien gerade Geld ausgeben? Das muss einem da klar sein. Und dann aus diesem Auftrag heraus veröffentlichen sie sogenannte Calls. Und so ein Call ist ein Förderaufruf. Ja, wir haben jetzt ein Thema, neue Anwendungen für Verkehrsdaten. Schreibt uns mal, was ihr damit machen würdet. Und dann braucht ihr immer, in der Regel braucht man ein Konsortium, Forschungspartner, Anwendungspartner, dann Industriepartner, also Firmen, die mitmachen wollen, die dann auch Verwertungspotenzial reinschreiben, was sie später mit so einem Produkt, was sie dann anfangen zu entwickeln, mal machen würden. Ja, und wenn man da dann mitmacht, dann kann man eben, ja, Gelder bekommen. Auch eine Stadt könnte da mitmachen. Das Problem ist dann nur, je nachdem, wer den Call veröffentlicht, darf man bestimmte Dinge tun oder auch nicht. Also wenn es Bundesmittel sind, dann darf man damit zum Beispiel nicht die Verwaltung in einer Kommune reformieren, weil das ist wieder eine Landesaufgabe. Also dann ist man sehr schnell wieder in der Zwickmühle zwischen den verschiedenen Geldgebern in Deutschland und dem Föderalismus, was manchmal in der Kommunikation schwierig wird. Ihr kriegt so viel Geld und dann kriegt ihr noch nicht mal hin, irgendwie den Hundesteuerantrag digital zu machen. Ja, das ist häufig ein Problem, dass das Geld zwar da ist, aber es für das, was man eigentlich tun will, nicht ausgegeben werden darf. Aber trotzdem kann man damit Dinge tun. Und das haben wir dann auch gemacht. Man braucht aber, wie gesagt, die Firmen in der Regel dazu. Das ist selten, dass es Calls gibt, wo man ganz ohne irgendwelche Industrie mitmachen kann. Man könnte natürlich die großen Firmen fragen. Zum Teil waren die auch mit dabei. Aber man kann natürlich die Local Heroes fragen, wer ist denn hier vor Ort? Wer würde in dem Thema gerne was machen? Dann hat man wieder so den direkten Kontakt. Und die haben vielleicht auch ein direktes Interesse, ihre eigene Stadt besser zu machen. Das heißt, die sind schon bereit, bei so Themen mitzuarbeiten. Aber eigentlich nur dann, wenn es zu ihrer Firmenstrategie passt. Das heißt, man muss die Firma kennenlernen und überlegen, wo wollt ihr denn eigentlich hin? Was sind für euch neue Themen? Und dann können die da entweder was verbessern, was sie schon haben. Oder mal im Forschungsprojekt mit in einen neuen Markt reingehen, wo sie bisher nichts hatten. Und die haben natürlich noch das Interesse, die wollen Leute einstellen. Und in so einem Forschungsprojekt beschäftigen wir als Uni ja häufig Doktoranden. Und die brauchen ja nachher dann wieder einen Job oder Studierende. Und die lernen die Firmen dann kennen. Also häufig ist ein Interesse der Firmen auch gar nicht so sehr das Thema. Ja, das können wir schon mal machen. Aber die hoffen, dass sie dann nachher auch Menschen einstellen können. Aber der erste Punkt ist schon relevant, weil die Firmen kriegen nie 100 Prozent Förderung. Die müssen immer einen Eigenanteil mit ins Projekt einbringen. Also selbst auch Geld mitbringen. Und das machen sie eben nur, wenn sie auch sehen, das lohnt sich, diese Investition, weil wir vielleicht später irgendeinen Vorteil davon haben. Ja, dann gibt es so etwas wie die Stadtwerke, Public Services. Das ist nochmal ein bisschen ein anderer Spieler als eine Stadtverwaltung. Das ist eine GmbH oder in Bamberg sind es mehrere GmbHs. Die GmbHs sind zwar städtische Töchter, also sie gehören der Stadt, aber sie wirtschaften anders. Das heißt, so ein bisschen sind die auch wie eine Firma. Also sie haben einen Betrieb, der das Ziel hat, Stadtwerke, also Busverkehr oder Bäder oder Schwimmbäder zu betreiben oder Internet für alle zu betreiben. Und sollen das natürlich wirtschaftlich machen und auch da ist der Bedarf da, das weiterzuentwickeln, Innovation zu bringen, vor allem, wenn es diesen Betrieb auch in Zukunft verbessert. Das heißt, die Stadtwerke, haben wir festgestellt, waren eigentlich ein sehr guter Gesprächspartner für Innovationsthemen. Und dann haben wir eben in diesem Zusammenschluss von Stadtwerken, Funding Agency war dann in dem Fall die Bayerische Forschungsstiftung, die so Verbundforschungsprojekte fördert. Wir haben sowohl große Firmen als auch lokale kleine Firmen dabei gehabt und dann ein paar Unis. Das war dann ein bayerisches Projekt, Future IoT. Also wir hatten die Informatik dabei. Tatsächlich war Landwirtschaft mit dabei, weil wir sowohl Smart City als auch Smart Agriculture gemacht haben. Und Kommunikationsleute bei Future IoT, das Thema war eben die Zukunft der IoT bis hin zur Kommunikation von kleinen Geräten mit irgendwelchen Antennen. Also LP-Warnthemen waren auch drin. Also unterschiedliche wissenschaftlichen Fachbereiche, große Firmen, kleine Firmen und Stadtwerke. Und damit konnten wir Doktoranden fördern. Die haben natürlich auch wichtige Stakeholder. Die sind häufig nur eine Zeit lang ihres Lebens an der Uni. Die meisten Doktoranden werden später nicht Proff, ein paar werden es dann, aber viele machen das eine Zeit und gehen danach zu irgendeiner Firma oder machen ein Start-up oder machen sonst was mit ihrem Leben. Aber es ist halt schon spannend, damit zu arbeiten in so einem Kontext. Was haben wir gemacht in Future IoT? Mal kurz einen Ausblick ins How. Wie gesagt, Smart City und auch schlaue Landwirtschaft war ein Teil davon. Wir haben zum einen Umweltsensoren betrachtet. Wie können die einmal mobil, aber auch stationär eingesetzt werden? Die stationäre Szenario, dem traue ich immer noch nach. Das war die schöne Idee des Bombardos, das ist unser Schwimmbad hier, mit Sensorik auszustatten, um Temperatur und Luftfeuchte an sehr vielen verschiedenen Orten zu messen. Und zwar einmal objektiv mit einfach einem Sensor und subjektiv mit einem Knopf. Zu warm, zu kalt passt schon. Und Bombardos, muss man vielleicht wissen, ist eines der einzigen Passivhaus-Schwimmbäder in Europa. Und da gibt es einen Grund, weil ein Schwimmbad als Passivhaus zu betreiben, ist eigentlich gar keine gute Idee. Das heißt, sie haben immer das Problem, wie regeln sie denn das Ganze ein? Sie können nicht einfach die Klimaanlage hochfahren. Sie versuchen das Ganze als Passivhaus zu betreiben. Und es gibt immer Beschwerden, entweder ist es zu kalt oder zu warm oder zu feucht oder zu windig. Und sie wollten halt einfach mal eine bessere Datenlage haben. War ein superschönes Szenario. Wir haben mit einem Partner aus Coburg, die die Sensoren gebaut haben, das Bombardos von oben bis unten bestückt. Und dann kam die Pest. Beziehungsweise die Pandemie, das war monatelang geschlossen. Und dann mussten wir die Sensoren wieder abbauen, ohne diese Studie je machen zu können, weil das Projekt zu Ende war. Das war wirklich schade. Wir haben aber auch Stadtbusse in Bamberg mit Luftqualitätssensoren bestückt, die rumfahren und Luftqualität an unterschiedlichen Orten messen. Wir haben Parkplatzsensoren in Bamberg verklebt. Das ist ein kleines Unternehmen, das heißt Smart City Systems Parking Solutions. Dieser Parkplatzsensor ist ungefähr so groß. Und den klebt man auf den Boden. Der ist auch recht günstig in der Anschaffung. Es hat den schönen Vorteil, er ist keine Kamera. Also man muss niemanden filmen im öffentlichen Raum. Stellt sehr zuverlässig fest, ob ein Auto draufsteht oder nicht. Und wir haben die Brennerstraße Park & Ride und Heinrichsdamm Park & Ride eigentlich komplett mit den Dingern beklebt. Wer da mal ist, sieht die kleinen schwarzen Dinger auf dem Boden. Und die sind auch immer noch da, immer noch aktiv und werden im nächsten Projekt auch weiterverwendet. Also das ist etwas, was sich langfristig gelohnt hat, diese Parkplatzsensorik zu installieren. Wir haben geschaut, wie man Privatsphäre halt den Zusteller tracken kann mit der Mediengruppe Oberfranken, so Briefzustellung. Und wir haben Kühe ausgestattet mit Sensoren, Aktivitätserkennung von Kühen, sowas wie Liegen, Grasen, Stehen, Wiederkäuen. Mit dem Ziel damit, dann auch Brunsterkennung, Mastitis, Euterentzündung, Larmheit erkennen zu können. Und das war eben mit dem Landwirtschaftsministerium. Amt für Landwirtschaft heißen die, glaube ich, zusammen. Und da haben wir auch immer noch einen sehr schönen Datensatz und ein Folgeprojekt, wo es wieder um Kühe geht. Also das hat sich sehr gelohnt. War ein schönes Projekt. Aber wie das mit so Projekten ist, die fangen an, dann laufen die und dann sind die auf einmal vorbei. Ja, und dann ist das Funding wieder weg. Was aber bleibt, ist das Netzwerk. Also man kennt seine Partner, man weiß, mit wem konnte man in diesem Projekt gut zusammenarbeiten. Und dieses Netzwerk war dann auch der Grund, warum die Stadtverwaltung, als sie dann festgestellt hat, oh, es gibt vielleicht doch eine Fundingmöglichkeit, um solche Dinge zu machen, wieder an uns gedacht hat, die haben doch schon mal was mit den Stadtwerken gemacht. Es kam nämlich das Modellprojekt des Smart City Funding vorbei. Das ist ausgeschrieben vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, wie sie inzwischen heißen. Ursprünglich ausgedacht war es im Innenministerium, so eine Seehofer Heimatgeschichte. Hat dann das ganze Referat, was dieses Programm betreut, ist dann in dieses andere Ministerium gewechselt und betreibt es jetzt von dort. Und ja, ein strategisches Programm auf Bundesebene, was dann direkt Gelder an Kommunen oder kommunale Zusammenschlüsse auszahlt. Das ist ganz interessant. Es gab drei Kohorten, also man konnte sich einmal bewerben mit, wir wollen 19 anfangen, wir wollen 20 anfangen, wir wollen 21 anfangen. Und ja, das ist tatsächlich schon interessant für so eine Stadt wie Bamberg in Haushaltsnotlage, wenn man da auf einmal über so ein Bundesförderprogramm Gelder für digitale Transformationen bekommt. Und der ursprüngliche Hoffnung war ja schon auch, damit Verwaltungsaufgaben digitalisieren zu können, mussten dann leider nur feststellen, dass man das damit nicht tun darf, aber dafür viele andere Sachen. Aber man hat 2019 festgestellt, wenn man das einfach mal kurz mit der heißen Nadel runterschreibt und zwei Tage vor Abgabe die Uni fragt, ob man noch drei Zeilen von der Uni reinschreiben darf, dass das nicht unbedingt zu einem erfolgreichen Antrag führt. Wenn man sich dann aber die Zeit nimmt, um in Ruhe mit verschiedenen Stakeholdern zu sprechen, was braucht ihr denn, was ist besonders an Bamberg und wo wollen wir eigentlich hin, dann klappt das eben doch. Und seit 2020, also in der zweiten Kohorte, ist jetzt Bamberg eben mit dabei. Und man sieht hier schon, wie gepflastert die Landkarte ist. Deutschlandweit gibt es Modellkommunen, die von so Zusammenschlüssen wie München, Leipzig, Hamburg, ist eines Modellprojekts, ein sehr großes, bis hin zu so kleinen wie Apfeldorf. Ich kriege die beieinander nicht zusammen. Es gibt auch wirklich kleine 2000 Menschen, Dörfer, die sich zusammengeschlossen haben, um Smart City Modellkommunen zu sein und da auch Themen angehen. Also es ist eine sehr schöne Landkarte hier. Ja, und da hat sich eben dann die Stadtverwaltung beworben, beim zweiten Mal eben mit mehr Stakeholder-Einbezug und da haben wir dann eben auch schon das Smart City Research Lab mit vorgedacht und die Stadt hat auch speziell Menschen einstellen können jetzt, die sich mit dem Thema beschäftigen, die eben nicht unter der Last ihrer Arbeit irgendwie versuchen, die hinzubekommen, sondern die, die den Auftrag haben, macht das mal richtig mit der Smart City. Das heißt, da gibt es jetzt ein sehr tolles Smart City Team, was darüber finanziert werden kann und die sich eben auch diesen Gedanken gemacht haben, was ist besonders an Bamberg und menschenzentriert, was brauchen die Stakeholder in Bamberg. Und zu dem Prozess sage ich nachher nochmal, wie es da so passiert ist. Genau, und wenn man überlegt, was brauchen denn die Menschen in Bamberg, ja, dann muss man mal an den wichtigsten Stakeholder überhaupt denken, die Bürgerinnen und den Bürger, die bei all dem, wir reden über die Stadt, ja nicht zu kurz kommen sollen. Natürlich kann ich sagen, ja, ich bin ja auch eine Bürgerin von Bamberg, aber trotzdem gibt es halt doch deutlich mehr Sichtweisen, als ich sie jetzt vielleicht haben könnte, weil wenn man nämlich einen Bürger kennt, dann kennt man genau einen Bürger, dann weiß man, wie der tickt, aber hat keine Ahnung, wie die anderen alle ticken. Also generalisieren ist da sehr gefährlich, da gibt es eben Menschen, die sind Aktivisten, die wollen ein bestimmtes Ziel erfolgen. Es gibt welche, die sind immer Bedenkenträger, egal was Neues passiert, da könnte ja was schief gehen. Es gibt welche, die sind Lobbyisten, die sind eigentlich für eine Organisation unterwegs, kommen als Bürgerinnen, Bürger zu einer Veranstaltung, aber lobbyieren für ihren Zweck, das kann ein Zweck sein, den man teilt oder einer, den man nicht teilt, aber sie reden gar nicht aus eigenem, ganz persönlichen Interesse, sondern weil sie Lobbyisten sind. Es gibt Hacker, die finden das Thema super und wollen aber alles erstmal auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Es gibt die ganz Stillen, die sind schwierig, die sagen nämlich nichts, die kommen auch gar nicht zur Veranstaltung, aber die wählen halt nachher was anderes oder die sind halt dann unglücklich, dass Dinge passieren, waren ganz lange silent und werden dann laut und concerned, weil man nicht herausgefunden hat, was die eigentlich wollen und so weiter. Also es gibt da sehr viele Facetten davon, wie auf Menschen so eine Smart City-Aktivität wirkt. Das heißt, wenn man mit Bürgerinnen und Bürgern redet auf irgendwelchen Veranstaltungen, dann gibt es welche, die sehen sofort alle Chancen und haben ganz viel Hoffnung, dass jetzt endlich mal was besser wird. Und andere oder auch die gleichen sehen ganz viele Risiken, die damit einhergehen. Manche sind super motiviert und interessiert und wollen total viel mitarbeiten in der Phase, wo man vielleicht noch gar nichts zu mitarbeiten hat, weil man gerade erst noch die Strategie entwickelt und die wollen jetzt schon was umsetzen und fragen zwei Wochen später, warum hat sich das noch nicht geändert? Und was kann ich denn jetzt tun? Ich will mitmachen. Das ist, also das Aufmerksamkeitslevel zu halten oder die Beteiligungslevel zu halten in dem Thema, was sich halt über viele Jahre erstreckt, ist eine echte Herausforderung. Manche interessiert es auch überhaupt nicht. Egal, was man denen erzählt, die wollen gar nicht zuhören. Und manchmal sprechen sie eben für sich als Person und manchmal sprechen sie für eine Gruppe, für eine Peergroup oder eben für andere Menschen, die sie vertreten. Und all das muss man irgendwie berücksichtigen oder unter einen Hut bringen, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist. Und das kostet sehr viel Zeit. Und deswegen sind wir auch so super froh, dass wir jetzt in diesem Gesamtkontext das Smart City Team mit an der Seite haben, weil wir als Uni könnten das alleine gar nicht leisten. Deswegen gibt es dort professionelle Menschen, die sich mit Kommunikation auseinandersetzen, weil wir nicht immer jede Bürgerinnenanfrage beantworten könnten. Ja, und ich habe sie nur mal der Vorständigkeit. Wir verbringen auch sehr viel Zeit mit unserer eigenen Verwaltung, weil dieses ganze Konstrukt etwas eher Ungewöhnliches ist. Da gibt es ein Bundesförderprogramm, da geht Geld an die Stadt und davon geht ein Teil an die Universität. Und wie sehen denn diese Verträge aus? Es ist nicht so einfach, aber mit sehr viel gutem Willen auf allen Seiten haben wir jetzt einen unterschriftsreifen Vertrag und können wirklich tatsächlich in die Umsetzungsphase starten. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Aber es ist eben kein 0815-Projekt. Das hat uns sehr viel, nicht nur mich, es hat sehr viele Menschen viel Zeit und Hirnschmalz gekostet, das rechtlich alles sauber hinzubekommen. Ja, und natürlich hat die Verwaltung auch ein eigenes Interesse daran. Die will, dass die Universität funktioniert und keine Risiken entstehen, keine rechtlichen. Aber jeder einzelne Mensch, der in dieser Verwaltung arbeitet, hat halt eine Aufgabe. Und das, was wir jetzt wollen, würde ja neues, vernetztes Denken erfordern, wofür aber niemand eingestellt wurde, weil die Prozesse in einer Verwaltung halt einfach standardmäßig laufen. Und das ist in der Stadtverwaltung auch nicht anders. Und in diesem Zusammenspiel zwischen eigentlich zwei Institutionen, eine Stadt und eine Uni, die hochgradig durch Steuergelder finanziert, sehr ordentlich verwaltet werden, dann sowas Disruptives wie Smart City zu machen, ist schon spannend. Und geht nur, weil viele Menschen es einfach wirklich wollen. Ja, why and who? Da war ich jetzt. Und ich würde jetzt mal noch so ein bisschen dazu kommen, was machen wir denn jetzt wirklich? Die Stadt Bamberg hat, um ihr Strategiepapier zu schreiben, einen sehr intensiven Prozess durchlaufen. Also wir sind ja schon neidisch als Forscher. Wenn wir einen Antrag schreiben, hat er immer 100, 200, 300 Seiten, je nachdem, wie groß er wird. Und die Stadt Bamberg oder all diese Kommunen, die haben fünf Netto-Seiten geschrieben, um dann nachher 17 Millionen zu bekommen. Das ist schon so ein bisschen, weil halt der Fördergeber weiß, so Kommunen, die können nicht Anträge schreiben. Das ist nicht ihr täglich Brot. Die müssen eigentlich eine Stadt verwalten. Aber deswegen kann man ihnen auch die einfach nicht so geben, die 17 Millionen. Deswegen hat er gesagt, ihr habt den Zuschlag, aber die ersten zwei Jahre, schreibt ihr bitte eine Strategie, was ihr mit dem Geld machen wollt. Und das waren jetzt die letzten zwei Jahre. Da wurde genauer ausdifferenziert, was machen wir mit dem Geld? Andere Kommunen haben mal in die Stadtverwaltung reingerufen, ey, wir haben jetzt Geld, was wollen wir denn schon lange immer mal machen? Und dann wurden Schubladen aufgezogen und irgendwelche Projekte rausgezogen. Und dann brauchen wir aber ein Strategiedokument. Ja, dann beauftragt man halt ein Beratungsunternehmen, was einem die Strategie schreibt. Bamberg ist einen anderen Weg gegangen. Die haben gesagt, nee, wir schreiben das selber. Und wir fragen die Bürgerinnen und Bürger, was wir eigentlich brauchen. Und damit dann endlich am Ende dieses schöne Dokument hier entsteht, das ist sie. Da steckt also wirklich sehr viel Herzblut drin. Und wie ist sie entstanden? Ich lege die hier hin, die kann man nachher gerne mal durchblättern. Ja, es ging eben damit los, dass es im... November 2020 die gute Nachricht kam, hey, ihr seid dabei. Dann ging diese Beteiligungsphase los. Die Stadt hat sogenannte MultiplikatorInnen eingestellt. Das waren Bürgerinnen und Bürger, die eine Schulung bekommen haben. Was ist denn die Smart City Idee? Und dann sind sie losgezogen und haben mit anderen Bürgerinnen und Bürgern gesprochen, Interviews geführt, Themen eingesammelt in die Vereine, in die Seniorengruppen, in die Schulen. Überall, aus allen möglichen Gruppigen der Stadt sind eben Bürgerinnen und Bürger eingestellt worden und rumgezogen. Dann gab es Roundtables, wo eben bestimmte Gruppen der Stadtgesellschaft eingeladen wurden. Die lokale Industrie, das Gesundheitswesen, die Künstlerinnen, die Schulen. Also, ich kriege sie nicht alle zusammen, aber es gab sehr viele dieser runden Tische. Es gab einen Open Space, eine Ideenschmiede, wo in der Kongresshalle ganz viele... Könntet ihr euch woanders unterhalten? Dankeschön. Wo in der Kongresshalle lauter Gesprächsthemen von Bürgerinnen in einer Runde nach der anderen und parallel diskutiert wurden. Sehr schönes Format, wo eben sehr viele Ideen aufkamen. Es gab einen Hackathon, der mit der Uni auch mit zusammen organisiert wurde. Dann haben sie... Aus diesen ganzen Ideen kamen dann am Schluss so 250 Projektideen, was man denn alles in Bamberg so anstellen könnte. Und das musste dann konsolidiert werden. Also haben sie Projektentwickler, Werkstudenten eingestellt, die nochmal zu den Stakeholdern gehen und versuchen, Projektskizzen zu schreiben. Was müsste man denn wirklich tun, um deine Idee zu veröffentlichen oder zu verwirklichen? Und wer könnte das denn treiben? Und was davon ist förderfähig? Das Programm hat ja so ein paar Randbedingungen. Dann würden diese Projektskizzen nochmal von sogenannten ZielgruppenanwältInnen geprüft. Also Menschen, die sich mit einem bestimmten Blick nochmal das angeschaut haben, was bedeutet das dann für meine für meine Peergroup, wenn so eine Projektmaßnahme verwirklicht werden würde? Und dann hat man festgestellt, vielleicht sollten wir doch nochmal über diesen Zeitplan nachdenken. Der wurde quasi nochmal aktualisiert, das ist nicht der aktuelle, weil man eine Experten-Schätzung gemacht hat der Projektkosten. Was aber vorher noch kam, das habe ich jetzt hier eingefügt, als Extra-Bild ist die Smart-City-Schmiede. Wir waren letztes Jahr auch auf der IGA mit unseren Ideen. Das war also eine weitere Runde, wo diese Projektideen, die es so gab, geschärft wurden. Das war also keine echte Schmiede, wie sie jetzt da draußen ist, ein echter Update, sondern eine Diskussionsschmiede. Wir hauen so lange auf die Ideen drauf, bis sie besser werden. Erzähle ich gleich nochmal was zu. Dann wurde eine Expertenschätzung gemacht, was kostet das ungefähr, hat festgestellt, wir können uns das ja gar nicht alles leisten. Dann wurde ein Workshop gemacht mit anderen Kommunen. Man hat einfach hineingerufen in diese 72 Modellkommunen. Hey, wir haben so viele gute Ideen. Alleine können wir die nicht verwirklichen. Vielleicht gibt es ja ähnliche Ideen bei euch und wir können Budgets zusammenschmeißen. Vielleicht können wir Entwicklungspartnerschaften bilden. Von den 72 Kommunen sind über 40 an einem Tag nach Bamberg gekommen, um physisch in einem Open Space hier das alles durchzukauen und solche Synergieeffekte zu bringen. Also man merkt schon, diese Kommunen, die reden auch miteinander. Und dann wurde eben dieses Strategiedokument finalisiert, durch den Stadtrat gegeben. Und die Umsetzungsphase kann jetzt beginnen. Und da kommen natürlich die Stakeholder wieder rein. Also alles, was so grün ist, haben Menschen mitgeredet, die nicht Kernteam, Stadtverwaltung oder nur in der Uni sind, sondern da wurde immer die Tür wieder aufgemacht und mit Menschen geredet. Und eine Sache, die wir gemacht haben, war letztes Jahr hier eben auf der IGA, der Special Track, die Smart City Schmiede. Vielleicht waren die ein oder anderen da und haben das mitbekommen. Es gab einmal eine Keynote von Sascha Götz, das ist der Programmkoordinator, der praktisch auf der Seite der Stadt diesen ganzen Prozess treibt und koordiniert. Und dann gab es diese Diskussionsrunden in der Smart City Schmiede, das war in einem Raum da drüben, so ein Stuhlkreis, der mit PIN-Wänden eingerahmt war, wo wir Ideen festhalten konnten. Und dann haben wir im Stundentakt Themen diskutiert. Wir hatten immer eine Expertin da, Mona Hess, hat über digitale Zwillinge für Kommunen gesprochen und danach immer so zehn Minuten Input und dann wurde diskutiert, was bringt uns das. Wir haben OpenStreetMap als Thema gehabt, ein Hackathon, der geplant war, LP-Wahn, also was will man an Marjoti, an Lora-Wahn in einer Stadt haben, was macht davon Sinn? Florian Festi ja zusammen mit Sascha Götz über die Zusammenarbeit zwischen Hackerspaces und Kommunen, was funktioniert, was funktioniert auch nicht, gesprochen. Ich habe was zum Thema Mobilitätsdaten und Menschen gemacht, weil wir an vielen Stellen Mobilitätsdaten brauchen und erheben wollen. die Stadt hat auch eine Datenrichtlinie entworfen in dieser Zeit, der sie folgen möchte und auch die haben wir zur Diskussion gestellt. Leonie und Tarek haben über das Design einer Smart City Community Event Planning Plattform berichtet, was gerade in der Mache war und da eben Anforderungen und Feedback eingeholt. Klaus Steiner hat über Open Street Maps für Smart Cities gesprochen, was kann Open Street Map denn hier beitragen und dann nochmal das Thema Open Data Portale wurde diskutiert, Do's and Don'ts. Ja, und was kam raus? Jetzt so ein Jahr später, ich habe mir mal die Mühe gemacht, nochmal drüber nachzudenken, was haben wir denn mit diesen Ergebnissen letztendlich gemacht? Dieses Thema digitale Zwillinge, was die Mona Hess mitgebracht hatte, ist zum einen eine Grundlage für zwei Promotionsthemen und unserem Promotionskolleg jetzt ist auch natürlich Teil einer größeren Maßnahme in dieser Strategie. Es gibt den Showcase Karolinenstraße, den man sich anschauen kann. Ich schaue mal schnell, ob ich genug Netz habe, ob das gut funktioniert, wenn ich da mal draufklicke, ob dann, ja, so, da, 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 so der Showcase Karolinenstraße, den die Stadt entwickelt hat. Start. So, jetzt muss ich hier mal so ein bisschen rüberschauen. Also, es gibt einen detaillierten digitalen Zwilling von Bamberg, der halt für den Showcase Karolinenstraße schon mal genauer ausdifferenziert wurde. Im Rahmen des Projekts soll das noch weitergehen und man hat hier rechts so eine Storyline, wo man sich verschiedene Sachen dann visualisieren kann, Stadtgrenzen, die Smart City selber, das Programm kann man sich hier anschauen. naja, sobald, ähm, genau, also das kann ich nur empfehlen, den mal durchzugehen, denn da hat eben das Smart City Team, ich glaube, Franz ist, glaube ich, auch hier irgendwo, der hat da maßgeblich mitgearbeitet und, ähm, das ist eben eine Sache, die da aus diesem Thema entstanden ist und einiges an Feedback haben wir natürlich aufgenommen und tragen wir auch weiter. Der Hackathon, den wir geplant haben, wurde nicht durchgeführt und das sehe ich als ein Erfolg und ein echtes Ergebnis an dieser Diskussionsrunde, weil einfach dabei rauskam, dass die Idee nicht gut durchdacht war, die Zielgruppen nicht klar waren, äh, nicht genau wusste, warum wir diesen Hackathon eigentlich machen wollten. Wir haben so viel gutes, kritisches Feedback gegeben, dass am Schluss entschieden wurde, ja, dann lassen wir ihn lieber, bevor wir ihn schlecht machen. Also ich sehe das als ein Erfolg, dass wir ihn nicht gemacht haben, sondern lieber mal mit besserem Fokus und einem klareren Blick ihn machen. LP war ein Maioti-Thema, wir haben jetzt die Hardware bestellt für zwei weitere Antennen. Wir wollen im Stadtgebiet ein Dreieck aufspannen, um auch mit LP-WAN lokalisieren zu können und nicht nur zu kommunizieren. Die Installation ist auch schon beauftragt. Hacks in the City zusammen mit Hackerspaces, Smart City und so weiter scheint ja zu funktionieren. Wir sind ja wieder da, hier auf der IGA, wurden auch angefragt, wollt ihr nicht wieder was machen? Und auch sonst versuchen wir diesen guten Kontakt weiter aufrecht zu erhalten. Das Thema Mobilitätsdaten und Menschen habe ich natürlich mitgenommen. Wir haben jetzt zwei laufende, geförderte Forschungsprojekte, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wo dieser Input natürlich eine Rolle spielt. Die Datenrichtlinie wurde überarbeitet nach dem Input, den es von der IGA gab und auch von ein paar anderen Gesprächsrunden und ist jetzt Teil der Strategie geworden und ist veröffentlicht. In der V1, weil wir auch wissen, dass die sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren vielleicht nochmal angepasst werden muss. Aber jetzt haben wir erstmal was, mit dem wir arbeiten können. Die Smart Event Plattform, da wurden zwei Masterarbeiten erfolgreich abgeschlossen. OSM, ich glaube, das ist jetzt zwischen jedem klar, dass das die Datengrundlage für offene Kartendaten in den Projekten ist. Also ich glaube nicht, dass noch Smart City Projekte geplant werden, wo irgendwie Google Maps drunter liegen sollte. Wir haben auch Projektanträge in Vorbereitung, wo wir das auch fest mit einplanen, haben aber auch verstanden, besser, wo auch die Grenze von OSM ist, was wir niemals in OSM reinspeichern können würden, weil es gar nicht zum Konzept passt, wo wir extra Layers brauchen werden. Ja, und dieses Do's and Don'ts für Open Data Portale, da gehe ich auch fest davon aus, dass das sehr wertvoll war, jetzt bei dem Design und dem Aufbau der Datenplattform der Stadt Bamberg, dass das Input da weiterentwickelt wird. Ja, über die Strategie hatte ich ja schon ein paar Mal geredet. Da ist immer so die Frage, auf welchem Level der Detail schreibt man die. Man könnte natürlich einfach sagen, ja, wir retten die Welt. Dann ist man sehr schnell fertig und kriegt die auf eine Seite. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt. Man kann es natürlich auch wirklich sehr, sehr detailliert mit Arbeitspaketen ausformulieren, was man jetzt tut. Das will der Fördergeber nicht lesen und wahrscheinlich ändert es sich auch so schnell wieder, dass es obsolet ist. Also irgendwo dazwischen muss man sich platzieren, um dann so ein Strategiepapier zu schreiben. Und die Stadt Smart City Bamberg hat da eben vier Zielbilder, die dann so konkrete Maßnahmen, die sie wirklich macht, gruppiert. Eines ist eben das smarte Welterbe. Diese Stadt hat ja sehr viel Geschichte, die sich auch baulich repräsentiert. Und das ist ein Kern, eines der Zielbilder, in dem sich Themen gruppieren. Dann eben die Nachhaltigkeit, die nachhaltige Stadt, das Potenzial von Daten. Eine Smart City muss schlau sein, muss etwas wissen, muss die Daten, die es gibt, auch verwenden. Und eben die Innovationskraft, eine Stadt in die Lage zu versetzen, neue Ideen aufzugreifen, umzusetzen und sich weiterzuentwickeln, nicht stehen zu bleiben. Das sind so große Zielbilder. Und man kann sich das sehr gerne detaillierter anschauen. Und ich bin auch noch bis Sonntagabend hier für Rückfragen. Deswegen verzeiht es mir, wenn es jetzt hier ein bisschen schnell geht, aber es gibt eben Maßnahmen zum digitalen Zwilling, zu einer Mobilitätsplattform, die zum einen die Stadtwerke, die Stadt in die Lage versetzt, Verkehr auch zu steuern, zu regeln und eben nicht nur den automobilen Verkehr, sondern das gesamte Konglurat von Stadt. Aber auch die BürgerInnen eine einzelne Plattform gibt, wo man sehr schnell von A nach B kommt, ohne jetzt ein Auto benutzen zu müssen. Also wo dann auch Leihfahrräder und E-Scooter und der Busverkehr und das Carsharing alles unter einer Plattform verfügbar ist. Schlaue Besuchslenkung, weil wir ja doch sehr viele Besucher hier haben. Das Parken ist natürlich immer ein Thema, was gut gemacht werden kann, dass nicht kein großer Parksuchverkehr entsteht. Und es gibt auch Maßnahmen zum Thema Katastrophenschutz. Wie kann man Rettungskräfte besser koordinieren, denen Daten zur Verfügung stellen, dass sie im Falle eines Einsatzes eben schnell ein Lagebild erstellen können und sich schnell koordinieren können in einer, in einem Welterbe mit vielleicht sehr engen Gassen und vielen Treppen und Kopfsteinpflaster. Thema Nachhaltigkeit, da geht es eben nicht nur um die Umweltnachhaltigkeit, sondern auch um die soziale Nachhaltigkeit und die Teilhabe. Das heißt so etwas wie Word-to-Text, dass wenn ich nicht gut hören kann und beim Arzt bin, ein Tool habe, mit dem ich den Arzt verstehe, weil es wird live transkribiert. Das entwickeln auch gerade Studierende von uns ein Prototypen für. Here and now, hier und jetzt heißt es auf Deutsch, dass man live immer sieht, was ist denn gerade los in Barmelk? Och, da ist Iger, da gehe ich doch mal vorbei, das wusste ich ja gar nicht. Wir haben ein Projekt, das sich Bäume von oben mit Drohnen anschaut, um die Baumgesundheit sich widmet, was auch sehr wichtig ist für eine klimaresiliente Stadt. Wir machen Routing für Barriere, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, ein Portal für Kinderbetreuung in den Ferien, lokale Essensnetzwerke und Daten haben natürlich, da kommt natürlich die Datenplattform rein. Das Thema Event, Ressourcenplanung ist dort eines, die Data Policy, die Mobilitätsplattform und auch wieder, dass das Routing für barriereeingeschränkte Menschen auch da sind, Daten, die Grundlage schlechthin und schließlich bei der Innovation eben öffentliche Displays oder semiöffentliche Displays, damit auch Menschen, die eben kein Smartphone haben, Zugang zur digitalen Welt haben und sich da einbringen können. Ja, also komplett neue Ideen sind hier vertreten. Ich gucke so ein bisschen auf die Zeit und gebe Gas. Und um das alles zu ermöglichen, das ist in der Stadt passiert, haben wir eben das Smart City Research Lab gegründet, um mit unserer Kompetenz der Stadt zur Seite zu stehen. Wir sind interdisziplinär unterwegs mit sehr vielen verschiedenen Fakultäten, um eben Smart Cities zu unterstützen und das Ganze sowohl in der Forschung als auch in der Lehre weiter zu treiben, weil viele Themen lassen sich durch ein kurzes ständisches Projekt mal ein halbes Jahr austesten und dann ist man schon deutlich schlauer. Wir haben jetzt in der Strategiephase so genannte Testballone gemacht. Wir haben zum Beispiel BAST, dass der QR-Code funktioniert, wenn den jemand abscannen will. Das sind Spaziergänge in Bamberg, die zu besonders guten Orten führen. Ein guter Ort ist einer, wo ich entweder zur Ruhe kommen kann oder Energie tanken kann und Psychologiestudierende haben dann da mentale Übungen entwickelt, die ich an diesen schönen Orten machen kann. Und auch weitere Vorprojekte, also einige der Maßnahmen, die in der Strategie stehen, hatten Vorprojekte bei uns im Smart City Research Lab. Wir gehen mit den Studierenden auch in die Öffentlichkeit. Wir waren jetzt auf dem Max-Platz zum Beispiel letztes Jahr. Es war ziemlich heiß, aber trotzdem kamen BürgerInnen, BürgerInnen haben uns schöne, böse, kritische Fragen gestellt. Auch das finde ich wieder, da wird eben sichtbar, was machen wir eigentlich den ganzen Tag mit euren Steuergeldern? Und diese Chance, dass die Studierenden lernen, so einer kritischen Frage, die überhaupt nicht technisch ist, wie ich damit umgehe, das finden wir eben auch wichtig. Falls ihr am 25. August in Bamberg seid, da machen wir die nächste Projektmesse und zwar im Lagarde, in unserem Start-up-Center, digitales Gründerzentrum, ist nur so zwei Kilometer Luftlinie von hier. Herzliche Einladung, ist auch wieder eine öffentliche Veranstaltung. Das Smart City Research Lab hat so einen Kern in seiner Mitte, das ist ein Promotionskolleg, wo eben Doktorandinnen und Doktoranden gemeinsam an ihren Themen arbeiten, immer interdisziplinär betreut werden und sich eben auch mit Methoden aushelfen können. Also wenn der Informatiker irgendwas baut und braucht eine Psychologin, die sich das anschaut oder andersrum, dann können wir halt über das Promotionskolleg den Zusammenhang herstellen. Teil davon wird durch die Smart City finanziert, ein Teil eben durch diese Forschungsprojekte und es hat ein ziemlich großes Netzwerk außenrum, auf das wir zurückgreifen können. Und wir haben da auch einige Themen schon gesetzt, die jetzt im Herbst starten werden. Da geht es einmal eben um Daten aus der Bürgerschaft, die Akzeptanz, also die Psychologie guckt sich häufig an, Akzeptanz und Konsequenzen, also was halten denn die Menschen davon, was beeinflusst denn ihre Entscheidungen, ob sie das gut finden oder eher Angst davor haben. Datenqualität und Partizipation, da geht es um die BürgerInnen zu befähigen, selber Daten beizutragen, entweder dadurch, dass sie einen Sensor installieren oder dadurch, dass sie über eine App etwas melden, weil die Menschen sind schon sehr, sehr gute Sensoren im Sinne von, sie bekommen Dinge mit und können uns eigentlich dabei helfen, dass die Stadt wirklich schlau wird. Und was sind denn da Gelingensbedingungen und wie gut ist denn die Datenbasis, die wir dadurch bekommen können. Dann haben wir zwei Themen, die so im digitalen Zwilling, Augmented Reality, digitale Zeitreise sich auch abspielen, dass man, da guckt man auch, da fuhr mal eine Straßenbahn durch die obere Brücke, so sah das aus, ehrlich. Und Bamberg Data Stories, das ist dann die Informationsvisualisierung, die sich eben Geodaten-Stories anschaut, wie wir eben bestimmte Daten, die wir eben so vermitteln können, dass man sie auch versteht. Gut, was haben wir denn gelernt? Ja, it's all about the people, also es menschelt, man kann das nicht als technisches Thema auffassen, es ist ein menschliches Thema und diese Stakeholder-Pflege und Kennenlernen ist unglaublich wichtig. Wenn man das jetzt ernst meint und man sich die Research machen will, dann muss man sich einfach darauf einstellen, es ist ein riesiger Overhead, also Dinge, die man tut, die nicht genau meine eigene Forschung sind. Davon habe ich sehr viel in den letzten zwei Jahren gemacht, aber es ist dann eben auch eine große Herausforderung und für mich als Technologin kann ich eben wirkliche Systeme bauen, die End-zu-End vom Sensor bis zur Anwendung laufen. Ich habe echte Datenqualitätsprobleme, ich kann an Privatsphäre erhalten, in Methoden forschen, echte Workloads, also echte Anfragen bekommen, das ist schon für meine Forschung toll und dann hoffe ich halt, dass die Community das auch gut findet, also in dem Fall war das adressiert an die Wissenschafts-Community, dass sie eben solche Paper auch gut findet, wo jemand echte Forschung eingebettet in einer echten Stadt macht und nicht nur im Simulator. So, letzte Take-away-Message ist natürlich, eigentlich solltet ihr ja diesen Talk hören, nicht vergessen, Sonntag, 15 Uhr, Wallace-Talk über what you say is what you get und ich bin damit jetzt am Ende und bin für Fragen und alles sehr zu haben. Dankeschön. Hi und vielen Dank. Da ich so ein bisschen aus der Sicherheitsecke komme, stelle ich jetzt natürlich ganz bösen, provokativen Fragen dazu. Sehr gerne. Datenqualität ist ja ein Thema, was du schon angesprochen hattest. Dazu gehört ja Datenauthentizität. Ja. Habt ihr da irgendwie schon Sachen gemacht oder auch so Sachen wie, naja, auf der anderen Seite Infrastruktur, Absicherung und so, weil, wenn das jetzt so irgendwie im öffentlichen Internet ist, können euch ja ganz viele Leute irgendwelche Daten schicken. Ich habe gehört, manche Länder haben irgendwie so im letzten Jahr so angefangen, irgendwie öfter mal die europäischen Infrastrukturen so ein bisschen abzuklopfen. Wie sieht es da so aus? Also wir haben jetzt momentan keine einzige Maßnahme, die Infrastruktursicherung hat. Das ist jetzt keine, die in diesem Kontext drin ist. Aber wenn wir Systeme bauen, überlegen wir natürlich schon immer, wie kann ich sie angreifen und auch kaputt machen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Installation, die über Mobilfunk Signale rausfinden will, wie sind so Frequenzen von Passanten und gerade eine Studierende oder eine studentische Gruppe, die macht Data Poisoning. Wie können wir dieses System kaputt machen, dass da falsche Daten rauskommen? Natürlich dann auch die Defense-Seite, wie können wir solche Angriffe vielleicht erkennen und der Stadtverwaltung sagen, ja guck mal hier, dieser Peak, der ist vielleicht nicht echt, aber das sind durchaus Themen, die wir mit betrachten, aber eben es gibt keine einzelne Maßnahme, die sagt, wir machen das grundsätzlich. Es ist für uns halt Teil von wissenschaftlicher Arbeit, dass es dazugehört, die Sicherheit von dem System mit zu betrachten und vielleicht auch zu akzeptieren, dass nicht jedes System sicher ist, sondern dann halt die Datenqualität schlecht ist, wenn es angegriffen wird. Ja, danke. Oh, ihr seht alle blendend aus heute, muss ich sagen. Gut. Gut. Ja, da vorne. Ich habe tatsächlich keine wirkliche Frage. Eine Richtigstellung? Habe ich irgendwas falsch erzählt? Nein, als einer der Stakeholder, der Teil dieses Prozesses ist, wollte ich nur sagen, also ja, es ist schön, dass es das Smart City Research Lab gibt. Das ist echt ein toller Gewinn. Ich arbeite selber für das Smart City Research Lab und kann es dadurch, sage ich mal, hautnah miterleben, wie diese Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Uni und den ganzen Stakeholdern, die dazugehören. Es ist nicht immer einfach, weil es sind sehr verschiedene Kulturen, die da zusammenkommen. Aber es ist, würde ich sagen, das engste Format aktuell, wo Uni, Stadt, lokale Akteure und viele andere Stakeholder da zusammenkommen. Und allein das ist schon ein großer Erfolg, dass wir diesen engen Kommunikationsweg haben, weil alle diese Menschen leben in einer Stadt, interagieren mit der Stadt und gestalten die irgendwie. Und das ist wirklich eine tolle Chance und etwas sehr Schönes für Bamberg, dass wir dieses Format gefunden haben und jetzt da auch noch etliche Jahre Zeit haben, die vielen genannten Projekte heute umzusetzen. Ja, das war es von mir nur so als Anmerkung zum Schluss. Danke. Ja, danke schön. Ja, es funktioniert auch wirklich nur, weil die Menschen das alle irgendwie wollen und aus ihren Rollen und ihren Sichtweisen, die sie von ihren Organisationen mitbringen, da trotzdem gucken, was können wir denn trotzdem hinbekommen. und das merkt man immer wieder, dass da auf vielen Seiten der Wille da ist. Es geht auch nicht immer alles, was man will. Das stellen wir halt auch fest, aber ja, es ist eine interessante Zusammenarbeit und macht viel Spaß. Dankeschön. Ja, dann ich gucke mal zu meinem Sessionchair rüber. Gut, wie gesagt, ich bin hier, ich bin morgen Nachmittag mal weg, aber ansonsten kann man mich hier immer wieder treffen. Also wenn man nochmal genauer auf irgendein Thema eingehen will, kann man sich gerne an mich wenden und oder auch an andere Leute. Vielen Dank nochmal für diese Bühne hier und für die Teilnahme und ein schöner Iger noch. Dankeschön. Applaus Applaus